hallo 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 hier ist ein neuer sportvlog morgens läuft es ja am besten heißt es kann ich nicht so bestätigen aber tanja will immer morgens und deswegen muss ich damit ziehen heute sind wir wieder in rambach in wiesbaden auf dem sogenannten drimmlich fahrt der eigentlich gar nicht drimmlich ist momentan aber wir nutzen einfach nur als laufstrecke und wie wir jetzt gleich viermal den arschloch berg machen viermal den arschloch berg machen das das zeigen wir euch gleich nach dem intro erst einmal arschloch berg läuft doch gut oder nicht okay also ich muss sagen tanja ist fit natürlich nicht ist ja klar wir machen wir weiter und melden uns gleich wieder ja wenn die tanja am boden zerstört ist das könnte passieren da sind wir schon das zweite mal arschloch berg das ging jetzt rutsi rucki zucki fast oben ja jetzt sind wir gleich oben und dann nur noch zweimal noch einmal kom sanja geht schon du hast zu viel zeit ich habe nicht zu viel zeit ich habe zu viel kraft mal sehen machen wir schon ein bisschen mehr als als sonst ein bisschen mehr als ich als sonst wäre bei mir fünf meter weiter als drei runden wir sind mittlerweile bei unserer dritten runde haben wir gar nicht gemerkt noch ein bisschen schon ich habe nicht gemerkt tanja unterhält mich die ganze zeit mit ihrem gebabbel dadurch merkt man halt nicht wie man läuft es geht als weiter geht als weiter ist so als wenn wir kaffee grenzen machen würden nur ohne grenzen ohne kaffee richtig unser grenzen ist unser trim dich fahrt da laufen wir jetzt lang und bald sind wir da gleich sind wir unserem dritten mal arschloch berg aber selbst das werden wir nicht merken sag ich so laufen noch ein bisschen weiter das dritte mal arschloch berg haben wir jetzt geschafft sehr gut super bravo wir sind nur noch zwei kilometer zurück zum auto und tanja hat mich schon haben wir schon prognostiziert wie heißt das hat schon gesagt sie macht schluss nach dem dritten mal berg vierte mal will sie nicht ist schlauer weiber ist schlauer machen ist halt so genau naja ziehe ich halt mit mal mein Gott ich würde ja gerne du kannst auch mal auf deine knochen lassen ich würde auch gerne den vierten berg machen aber tanja will ja nicht naja ist halt ein mädchen ja so ist es die sind gleich da nach zwei kilometer ja sind wir angekommen jetzt ja dreimal die runde gemacht nicht schlecht reicht auch aus tanja will nicht mehr jetzt reicht es ich habe auch genug erst einmal alles gut also dieser arschloch berg das schlaucht schon ganz schön das stimmt aber es ging besser also es wird immer ein bisschen besser immer fitter ja guck naja geht so ja au mami ja ähm ja ich würde sag hier cheerio mit sophie bis zum nächsten sportvlog vielleicht mit der tanja mal gucken ob ich sie wieder mobilisieren kann bestimmt ciao bis dann m mich Bis zum nächsten Mal.